Willkommen im Biotopia Lab. In diesem Versuch geht es um die farbenfrohe Fluoreszenz von Baumrinde. Ihr könnt ihn ganz leicht zu Hause nachmachen und ein Feuerwerk im Wasserglas veranstalten. Ihr braucht dazu nur den frischen Zweig eines Kastanienbaumes. Die Rinde enthält nämlich einen Stoff, der gleich unser Glas zum Leuchten bringen wird. Außerdem braucht ihr ein Messer. Das muss nicht sehr scharf sein. Ein Buttermesser genügt. Und ihr benötigt ein großes, hohes Glas. Ein Saftglas oder eine Blumenvase zum Beispiel. Das Glas füllt ihr mit ganz normalem Leitungswasser. Schließlich brauchen wir natürlich noch unsere Schwarzlichtlampe. Ohne die geht später gar nichts. Schabt mit dem Messer etwas junge Rinde vom Kastanienzweig. Ihr müsst nicht schnitzen. Ganz leichtes Kratzen genügt schon, damit sich kleine grüne Löckchen vom Ast lösen. Diese Kastanienrindenflocken sammelt ihr ein. Und das war's schon. Euer Feuerwerk im Wasserglas kann gezündet werden. Also Licht aus und Schwarzlicht an. Dann werden die Kastanienflocken ins Wasser geworfen. Na, haben wir euch zu viel versprochen? Die Kastanienrinde leuchtet wunderschön türkis und zieht geheimnisvolle Schlieren im Wasserglas. Fast wie die Tentakel einer Qualle. Verantwortlich für das Leuchten ist ein Stoff namens Escolin. Weitere spannende Experimente zur Fluoreszenz und anderen Themen findet ihr auf der Webseite des Biotopia Labs unter lab.biotopia.net.